Hallo Kinder, ich grüße euch zum nächsten Trailer, ja, aber das ist, das geht jetzt hier ordentlich zur Sache, weil dieser ganze Kuschelkurs in Bezug auf Corona, der muss jetzt hier mal beendet werden, ganz dringend, also die Zügel noch mehr anziehen und das ist, sonst ist alles verloren. Könnt ihr dann schauen bei VK, könnt ihr schauen bei Bitschu, die sich den Trailer bei Rhythmus TV aufrufen, müssen sich dann halt den entsprechenden Link kopieren und in die Browserzeile rein damit und dann kann nicht sein, dass wir uns gleich wieder hören oder sehen oder sonst was, aber ich bin da voll dabei, dass jetzt hier endlich mal Schluss mit Lustiges. Ja, das stimmt.